Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich komme mal wieder von einer Kirmes, nämlich von der Köln Chorweiler Kirmes. Ja, ich laufe gerade durch einen kleinen Tunnel unter der neue Brücke, der A1. Ja, was steht dort auf der Kirmes in Köln Chorweiler? So heißt es richtig. Jenny Weber mit der Hausparty, Mr. Beat und viele weitere schöne Fahrgeschäfte. Die Weber-Scheune, wo es auch das eine oder andere schöne Kalkgetränk gibt. Zum Beispiel ein schönes kleines Kölsch. Was es natürlich auch dort gibt, gibt es natürlich auch auf der Kirmes. Weber-Scheune ist eigentlich immer ein Muss, wenn man auf die Kirmes geht. So wie natürlich die Hausparty von Jenny Weber. Ja, aber nicht lang quasseln. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Übrigens hier die neuen Brücken von der A1. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Impressionen. Euer Robin TV Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.